und dann sage ich hallo und herzlich willkommen liebe freunde und auch salvetes spektatores zu einem weiteren teil von let's play total war mit mir dem tante genau bekannt als günter shadow wir sind zurück mit dem mächtigen oströmischen reich und gerade in die last jährige schöne name für die armee und gerade haben wir eine armee der geramanten besiegt und wir machen das direkt auch noch bei dieser armee nach möglichkeit wir brauchen dafür aber noch eine einheit kavallerie damit wir wieder auf die entsprechende stärke kommen das müsste eigentlich irgendwelche krassen trades geben wenn du halt so eine schlacht gewinnst aber okay genau also ansonsten brauchbar wenn wenig verluste gehabt wir versuchen uns direkt also wir wissen ja dass diese armee relativ schwach gewertet wird und vielleicht schaffen wir die steinbrenner genau wir können ein nachtangriff machen der vorteil des nachtangriffs ist er bekommt ein malus auf seine immer kommt malus auf die moral deswegen machen wir das ja auch ich glaube minus 10 oder so ist da auch ich habe so eine komische vermutung als ob die kai so einen fantastischen terrarbonus bekäme aber gucken wir mal das ist doch mal wieder sind wir mal wieder schön durch genudelt worden okay wir haben aber eine möglichkeit die wir vielleicht ziehen können nämlich so einmal mal bitte und zwar wir unsere truppen so verteilen die stimme auch direkt hier vorne hin ich kann die aber nicht so hinstellen dass du die alle siehst ne witzig ne guck mal der zeigt mir einfach nur vier einheiten ich meine noch viel mehr sichtlinie kann ich auf die ja kaum kriegen oder ach ne achtung da ist so ein bisschen moos dazwischen das ist ja das gefährlich ne pass auf dann gehst du hier hin und du hier hin und die einheiten die stöpseln wir hier hoch was ist das für eine einheit naja ok ok meint ihr wir schaffen hier irgendwas ich bin gespannt auf 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 schnell vorrücken schnell schnell ja das sind sehr sehr krasse büsche ok solange das steht komm gimme gimme oh pokus die wiener so schreibst du grüße erst mal ach ja schön dass du noch ein chance ja cool so gleich ist auch unsere einheit in position gestiefelt und da ist eigentlich nur die frage wo positionieren wir uns also hier oben wäre tatsächlich die höchste position aber wir riskieren ja dass die ki sich nachher hier auf diese anhöhe positioniert das wäre für uns natürlich nicht so cool deswegen stellen wir die infanterie einmal hier auf und dann warten wir noch unsere also ich glaube die armee hier ist ja nicht ganz so groß wie die letzte da fehlen glaube ich sechs einheiten drin das müsste deutlich einfacher werden also wenn sechs ein er hat zwei fernkämpfer mehr ist nicht ganz ohne aber wenn insgesamt dann doch einige einheiten fehlen insbesondere erscheint er hier glaube ich keine kavallerie dabei zu haben dann müsste das noch mal deutlich einfacher werden ok cool dann mach du doch mal hier hoch nein warte dreh dich erst mal so wenn man das ein bisschen anders ich habe ja was dazu gelernt heute oder vorgestern genau geht immer bitte in position so jetzt bewegst du dich auch ne gut okay dann beweg du dich mal hier hin die einheit legt den rückwärtsgang ein ne den halb vorwärtsgang den berühmt berüchtigten halb vorwärtsgang die einheiten beherrschen das was will sein general da unten war nicht allzu viel aber hier müssen wir ein bisschen aufpassen aha ist das wert hier eine einheit zu riskieren hinterher kannst du auf den kannst du auf sein na so bitte also wenn wir das wäre das wäre der wahnsinn wenn wir hier achtung da müsste jetzt mal darauf achten der kann ja pila werfen im nahe kampf immer schon wenn wir pech haben dann schmeißt uns jetzt die pila rein du hast ursprünglich mal die einheit hier angegriffen macht das bitte weiter ja du musst jetzt raus sonst bist du gleich tot da ist okay komm her schießt der der schießt ne der misker ey was machst du da guck dir mal an wie der sich alter was ist denn hier los wie verteilst du dich denn du bist ja ein ganz räudiger du bist ja ein ganz ganz räudiger okay also er hat nicht mehr viele bogenschützen übrig wir haben ein bisschen was riskiert dafür ich glaube es ist noch okay äh junge das ist irgendein müll den du da fabrizieren willst versuch mal weniger quatsch zu machen ja ne lieber so bitte ja wechsel du mal hier die flanke und du kommst noch ein bisschen da hoch das ist okay das ist okay na das wollte ich jetzt nicht unbedingt das ist ein bisschen zu viel die können wir verlieren das ist kein problem kannst du auf den schießen bitte danke für den zapp übrigens schieb die einheiten hoch es ist doch absoluter müll was ist denn das für ein für ein käse bleiben die da kleben oder was komm her alter kann dieser dämliche schwertkämpfer da mal tot umfallen bitte der geht mir mega auf den zeiger der da geht mir auch auf den zeiger danke boah reitet er dann auch in den schwertkämpfer da rein ne es musste irgendwie sein oder haha du reibst jetzt mal diese alter die schlacht hier ist theoretisch einfacher aber es geht aufgrund des terrains so unfassbar viel schwerer und naja so ein paar andere sachen spielen ja auch noch eine rolle genau genau könnt ihr jetzt bitte seinen general mal ausschalten boah ey das ist so das macht die ki so gut guck mal der tauscht einfach im nahkampf tausche bogenschützen gegen infanterie richtig bitter und hier kann ich nichts machen weil meine einheiten zu lahm sind schießt du da mal rein ne leute ey ohne witz das geht doch gar nicht das geht doch sowas von unklar kann sich nicht hierhin positionieren ja schießt du bitte auf den ich krieg zu viel ich krieg zu dieser schwertkämpfer hier alter der hat die komplette kavalerie lahm gelegt was ist denn das für ein schrecklicher und scheußlicher abfall und sein gen geht halt auch nicht drauf er will einfach er geht nicht drauf er geht nicht drauf es ist nicht machbar diese einheit ist unkaputt war so gierig alter endlich hinterher du bist auch in irgendeinen schwertkämpfer rein nein der hatte ich mit den bogenschützen in die flucht geschlagen oh warte mal dann habe ich eine böse ahnung komm zeig es mir hier ah ne doch nicht ok hatte gerade eine ungute vorahnung boah wie diese aufstellung so verbaut ist hier machen machen alle ich will da nur die einheit auswählen danke das war's ne jawohl ok cool hier hin zurückziehen bitte jo das ist ok das ist auch ok du kannst eh nix mehr machen du kommst da hinten hin bitte der nachteil in der situation hier ganz klar dass wir unseren vorteil dass wir ja so viele berittene bogenschützen hatten ganz lange nicht nutzen konnten das war ein großes problem hier in dieser schlacht ähm und er hat das also das muss man ja der ki lassen das hat die ki sehr effektiv gespielt es gab nur wenig äh es gab wenig angriffsfläche es war ein sehr unübersichtliches terrain ähm teilweise sind wir auch ganz gut ausgekontert worden oder ich bin gut ausgekontert worden das ist ja nicht eure schuld ne guck mal guck mal da sind 150 einheiten die kriegen das nicht hin die aufzuweiben so macht flüchten spaß ne hoffen wir bitte so alter ich krieg hier einen wutanfall das ist doch nicht normal guck mal lauf doch einfach mal da so was ist denn das für ein für ein müll also es ist ja so schrecklich die kriegen das nicht hin so eine einheit aufzureiben es ist so verbaut es ist so verbaut ein ungeheuerlicher müll ist das hier ne 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 bitte so guck mal wie die laufen wahnsinn gib vollgas ist egal also das muss man tatsächlich sagen hier war auch einiges echt verbaut in dieser schlacht guck mal das sind noch 99 einheiten und die hälfte rennt hier irgendwo kreuz und quer auf dem schlachtfeld rum und du erwischst sie nicht das gibt es einfach nicht oder das ist so unverschämt du wirst um die früchte deines sieges betrogen jetzt ist die da hinten und die anderen 80 wo sind die oh man ey oh man aber ich muss mich ja schon hüten ich habe das mal back genannt oh da gab es aber böse kritik oh der günner ne 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 das ist so absolut normal und in ordnung ja oh dave danke für den sub übrigens die römische elite danke sehr so zwei einheiten verloren krass dafür haben wir die briganten behalten witzig zu euren diensten so okay das heißt diese armee hier wenn wir nicht dezimieren können ich erwarte eure befehle ich erwarte eure befehle funktion und verstärkung gibt es hier genau was wollen wir denn noch integrität nee baukosten wohlstand das ist echt cool oh noe danke für den sub die römische elite moment ich muss mal grad was aufschreiben so nee einheiten erfahrung für rekruten naja vielleicht die rekruten sowieso nicht ne moral gegen naja herrwander verstecken nahkampfabwehr integrität rekrutierungs kann das alles so unsinnig weil entweder hast halt die kohle oder nicht da müssen wir nicht mehr hin das mit der öffentlichen ordnung das ganz cool das werden wir auch brauchen eigentlich aber ist das die armee mit der wir ist das die armee mit der wir ausziehen wollen um eroberungen zu machen dann ist das mit der dann ist dieser wert hier nicht so wichtig aber die eine hätten die entschuldigung dann ist die rekrutierungskosten für söldner sind dann wichtiger oder gegen östliche imperien aber eigentlich auch unsinnig weil an der moral wird es nicht liegen es wird an den es wird an der genauigkeit liegen rekrutierungskosten für ausländische hermann und söldner günstiger machen nee das ist quatsch Yep Macht das nochmal Ja komm öffentliche ordnung oder? Ja Ja das ist nicht so wichtig OK Alles klar Ne 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 ja In die Stadt müssen wir auch noch frei wachsen. Das heißt, wenn ich ihn jetzt hier angreife... Dann haut er einfach ab, ne? Aber wir könnten ihn jetzt zum Beispiel fragen, ob er Frieden mit uns will. Oder wir vernichten ihm halt die Armee. Er will nicht, ne? Okay. Verbessern wir mal die Kavallerie. Der Piso, ist das einer von den Guten oder ist das einer von den Doofen? Ne, das ist ein Guter. Das ist ein Guter. So, du verstärkst mal hier. Er ist schwach. Okay. Das ist ja Quatsch, das brauchen wir nicht. Alter Himmels, du die Kaffee. Oh, Ackerdoll. Hi, danke schön. Wer eilt euch Männer? Danke für den Sub. Ich danke dir für deine Unterstützung. Kommandant. Das ist sehr nett von dir. Danke sehr. Zu euren Diensten. Ich stehe euch zur Verfügung. Ja, das müssen wir jetzt einmal reparieren. Sanitäre Anlagen, gesamt minus vier. Das ist aber Quatsch, ne? Das stimmt natürlich nicht. Ich erwarte eure Befehle. Wir hungern nach einer Schlacht. Mhm. Das heißt, du gehst hierhin. Du greifst ihn an. Genau, der haut ab. Mhm. Da kannst du nicht mit, dann gehst du mal hier rein, um mal eine Runde zu verstärken. So. Ungefähr die Hälfte, ne? Ja, lauf mal hier hin. Ich erwarte weitere Befehle. Wow, der hat schon wieder Einheiten gehimmelt. Das ist so krass, ey. Junge, Junge, was der da Einheiten wegschmeißt, ne? Okay. Ja. Ja, mhm. Ich würde schon sagen, wir nehmen die zwei Axtkämpfer mit. Denn wir werden ja wahrscheinlich hier angegriffen. Wir könnten mit der Einheit auch noch verstärken. Hm, ist vielleicht noch eine Option, aber nicht wirklich. Denn diese Einheiten könnten ja hier unten rumlaufen. Das ist auf jeden Fall nicht das, wie ich mir das hier vorstelle, ne? Ja. Wir können natürlich noch hingehen. und sagen, äh, wir tauschen die drei Einheiten hier zum Beispiel noch gegen Legio Komitatenses aus. Und dann machen wir noch eine dieser Einheiten in so einem Hinterhaltgefecht weg. Das sind 14. Also, die werden wir wohl schaffen. Das sind zwei. Alter, das sind so viele Fernkämpfer. Also, das kriege ich auf jeden Fall nicht mit diesen Einheiten hin. Und da müssten wir dann Thessaloniki verteidigen, ne? Also, der kommt auf jeden Fall mal nicht ran. Und diese Armee aus Armenien sitzt momentan noch ganz woanders. Ich erwarte eure Befehle. Ja, die haben wir ja jetzt mitgenommen. Das kostet jetzt einmal ein bisschen Cola, aber wir müssen ja irgendwie diese Städte da verteidigen, ne? Und dann nimmst du die noch mit. Und Was brauchen wir noch? Die zwei. Also, also an Thessaloniki kommt er auf jeden Fall nicht vorbei. Ja, doch, doch, da kannst du schon. So, da könnte er belagern. Er wird also vielleicht eher sogar noch die Rakion versuchen, aber da haben wir doch eine ganz gute Verstärkung. Das Problem wäre eher, wenn die Armee die Rakion dann auch noch angreift, ne? Das heißt also, er würde angreifen mit x Armeen und der würde auch noch angreifen, ne? Dann müssten wir ja sagen, also das ist nicht gut. Dann müssten wir sagen, du stellst dich mal besser irgendwie hier hin. Und du machst dann den Hinterhalt, ne? Damit er da nicht irgendwie interveniert. So, du kommst mal hier runter. Das ist super, dass du bereit bist, mir zu dienen. Ich erwarte eure Befehle. Ja. Genau. Doch, das müsste doch gehen. Das müsste 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 gehen. Bereit zum Kappen. Zu euren Diensten. Nehmen wir die noch mit? So. Und jetzt machen wir folgendes. Machen wir ein Quick Save. So, du gehst hier hin, ne? So, dann tauschst du mal gerade Einheiten. Eins, zwei, drei, vier oder so, ne? Ja, und dann machst du hier eins, zwei, drei, vier. Fünf. Ja. Ungefähr so das hier, ne? Michael Rebel, danke für den verschenkten Sub an den Koppel Dilla. Dankeschön. Welche Reihe gefällt mir besser? Fragt das war Kenny Paradox oder Total War. Hm, tatsächlich auch zwei Games, so von den Kategorien her, die nicht so einfach zu vergleichen sind, wie ich finde. Also, ich würde sagen, ich finde, ähm, ich finde die Total War Serie so vielleicht am interessantesten. Guck mal, der könnte sogar noch bis hierhin laufen. Also, ich finde die Total War Serie so mit am interessantesten. Aber Paradox-Spiele spielen sich einfach am rundesten. Aber das muss ja nicht immer unbedingt so, ja, also ich würde das so in der Hinsicht unterschiedlich bewerten. Ja, wir müssen es einmal gegen diese 14 Knilche hier versuchen. Die Lasttiere. Wow. Wie oft hatten wir, dass der Terrain-Vorteil für uns war? Ich glaube, einmal bisher oder zweimal. Aber wir haben es nicht oft gehabt, ne? War nicht oft so. War nicht 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 so. aber ich sehe sogar einfach mal konkret gar nichts auch nicht schlecht gibt es manchmal manchmal gibt es auch so So machen wir mal ein bisschen Druck auf seinen Generalen. So machen wir mal ein bisschen. So machen wir immer noch 67 Einheiten. Ich meine, das ist halt so krass. Ich meine, was willst du denn noch mehr machen, als die ganze Zeit auf den zu ballern? Was willst du denn sonst noch machen? Was kann die Menschheit gegen so viel Wahnsinn ausrichten? Oh, warte mal. Aha, okay. Immerhin, der ist noch mal ein, glaube ich. Oh, wow. Krasser Moral-Debuff, den er hier gerade kriegt. Ah, und dann überlegt er sich's nochmal. Ich schießt gerade meine Bogenschützen ab, äh, meine Bretten ab. Okay, gut, cool. Okay. 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 Wo ist meine Kaffee? Okay. Okay. So. Okay. So. 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 Okay. So. So. Hat er nochmal einen erwischt? Der Spitzklicker. Äh, okay. Auf einmal hat er sich unsichtbar gemacht. Kannst du den bitte weiter verfolgen? Was ist denn das für ein Quatsch? Verfolgt doch die Einheiten. Hier, da steht er. Peter. Da. Guck da und auf einmal... Oh, guck mal, kommt wieder zu sich. Wer hätte es gedacht? Nochmal kurz drüber nachgedacht und dann doch nochmal wiedergekommen, ne? Das Spiel macht dir so leichte Hoffnungen. Du könntest hier vielleicht mal tatsächlich so taktieren und Einheiten so in die Flucht schlagen. Aber dann manchmal ist das dann doch nicht. Aha, okay. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Na, also, immerhin. Also, das ging jetzt echt sehr, 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 sehr schnell. Das Mittel gegen Wahnsinn ist noch mehr Wahnsinn. Da ist was dran, ja. Ältere Römer brauchen keinen Terrain-Vorteil. Kenny, falls du meine Einheiten meinst, also die hier habe ich anrekrutiert über die besondere Funktion von Byzanz, dass du ja diese Unterstützungstruppen rekrutieren kannst. Der einzige Nachteil ist, die Hunden sind so selten bei mir im Territorium und alle anderen Verbündeten von mir. Die lassen mich da einfach so vor mich hinsterben, dass ich davon tatsächlich nicht so viele Einheiten habe. Ich könnte da durchaus mehr gebrauchen. Und hier sind noch berittene Bogenschützen. Das sind Söldne allerdings. Das sind Tier 1 Söldne-Einheiten. Das hier sind teilweise Tier 2 Steppenkrieger, ne. Wobei die hundischen berittenen Bogenkrieger eine Tier 1 Einheit sind, ne. Aber sehr, sehr ähnlich, ne. Okay, also, was machen wir jetzt? Wir machen hier normalen Schuss. Du schießt auf jeden Fall mal weiter. Die Infanterie. Übrigens, ihr habt ja von der Söldne, dann macht die mal bitte aus. Ihr kommt mal bitte hier hin. So, und die Kavallerie, die schicken wir mal gerade hier rüber. Stopp. Jetzt kannst du wieder. Und eigentlich müssen die jetzt hier schneller runter. Das ist eine ganz große, eine ganz große Truppe von ihm. Okay, die können hier sowieso nichts mehr machen. Wenn das Spiel mich die Einheit nicht auswählen, lässt er machen es halt so. Und das ist so krass, dass dieses Spiel nach all den Jahren immer noch so viele schlechte Funktionen hat, ne. Guck mal, die sind auf 9 runtergerattert. Einfach nur durch Kollateralschaden. Wow. Wenn das Spiel mir die Einheit nimmt, bin ich echt, dann bin ich, dann, dann bin ich on tilt. Und der Kollateralschaden ist tatsächlich echt brachial. Also der ist wirklich, der Kollateralschaden durch Geschoss ist brachial. Ja, wir müssen jetzt das Autofy ausmachen, weil die killen sich jetzt nur noch gegenseitig. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Die bitte auch. Da hinten hin, bitte. So, einmal gerade durchgucken. Die haben keine Munition mehr, da ist es egal. Ja, okay. Kann auch sein, dass das Pilar waren, die die geschmissen haben. Deswegen kommt ihr alle jetzt mal da hoch. Aber du musst ja hier noch irgendwelche Einheiten erwischen. Ansonsten war das hier ja... Ah, ja, nimm den da mit. Ansonsten war das ja hier vergeudete Liebesmüh, ne. Äh, stopp. Bitte hier nicht den Irren machen, ja. Ist es besser in Nachtangriffen, ist es viel besser. Erstens, die KI hat weniger Moral. Zweitens, ähm, sie kann nicht verstärken. Hahaha. Aber der hat auch so ein bisschen Schwierigkeiten, sich über den Map-Edge zu schleichen. Zauber. Ich fürchte, das können wir nicht. Hm. Okay. Zauberhaft. 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 Leute, äh, Nachtgefechte. Ein Hoch auf die Nachtgefechte. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. General Kanus ist einfach der allerbeste. Okay. Äh, gilt das auch für andere Fraktionen oder für alle? Ähm, du kannst es mit allen Fraktionen machen. Herzstimmer, danke für die 100 Subs. Äh, 100 Subs, ja, 100 Bits. Äh, 100 Subs. Da wirst du auf jeden Fall Kanal Ehrenmitglied. Aber, äh, auf jeden Fall danke für die 100 Bits. Wahnsinn. Ach so, stimmt. Äh, ihr seht das, glaube ich, gar nicht im Stream, ne. Äh, es gibt eine Donation, äh, übrigens, äh, ich muss das mal irgendwann noch einblenden. Äh, ich brauche einen neuen Schreibtisch. Mein Schreibtisch ist hinüber. Und, äh, dafür könnt ihr, dafür werden die 100 Bits, äh, danke übrigens nochmal, werden auch die 100 Bits verwendet, fließt in einen neuen Schreibtisch. Äh, ich sag dann nochmal übrigens danke fürs Zugucken. Und, ähm, wir machen hier ein kurzes Päuschen und sind gleich wieder da. Und, äh, wir machen hier ein kurzes Päuschen und sind gleich wieder da.